Was ist das? Schmattling Und was ist das? Ein Flügel Und wie sagt ihr das auf Englisch? Wing Jetzt machen wir es so und bleiben es so Blieb einfach so schnell Ich bin wie eine Schuhe tut So Und jetzt musst du Viermal sagen Wing 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 Hallo? Ist das die Hand? Ist das die Hand? Ist das die Hand? Ja 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 Ja